Lasst euch überraschen. Und hier geht es auch mal rein. Ja, ich lasse mich auch überraschen. Und hier kommt heute eine neue Maschine rein. Der kommt raus in Deutschland rein. Bevor wir euch den Tausch machen, mache ich mal eine Verkostung. Eine schön Versuchung da. Mhhh, kann man halt sehen. Und hier der Beweis, dass es geschmeckt hat. Und das hier ist der Nachfolger. Und der Besitzer hier, der liebt seine Frau. Ja, das ist das Zeichen. In Liebe. Und hier sehen Sie, das ist das neue Gerät hier. Also der liefert die beste Pizza in der ganzen Umgebung. Also in Steinhagen. Also wir sehen hier, neue Bedienung. Wir haben hier eine Funktion, Plus, Call Plus. Und was das immer auch bedeutet, hier Pizza. Die Eier weiß ich nicht, aber wahrscheinlich auch der Gerät. Also wenn auch ihr Interesse habt, alt gegen neu zu machen, dann bitteschön, ja. Und rechtzeitig hier reservieren. Das ist die leckerste Pizza, die ich je gegessen habe. Hier in der Pizzeria. Wow. Und aus dem guten Wasser. Da. Da.